Hier sind vier Schauspielerinnen, die irgendwie immer dieselbe Rolle spielen. Nummer eins, Rebel Wilson ist immer irgendwie die humorvolle beste Freundin, die aber ein Herz aus Gold hat. Mit ihr wird es wirklich nie langweilig, was wir in den Filmen Pitch Perfect, Brautalarm oder How to be Single sehen konnten. Nummer zwei, wenn wir an Jumanji und an die Fast and Furious Filme denken, fällt uns wahrscheinlich auch direkt an Schauspieler ein, der immer dieselbe Rolle spielt. Dwayne The Rock Johnson spielt immer diesen starken Charakter, der ganz oft in Action verwickelt ist und gegen Verbrecher und das Böse kämpft. Aber auch unter seiner harten Schale ist ein weicher Kern. Nummer drei, wenn man über trockenen Humor redet, muss man im selben Satz auch Ryan Reynolds erwähnen. Denn dieser spielt einfach in so vielen Filmen einen sarkastischen, lustigen Charakter. Alleine Deadpool und Free Guy sagen ja wohl alles. Und Nummer vier, du willst einen romantischen Teenie-Highschool-Film drehen, brauchst aber noch einen männlichen Hauptdarsteller. Da bietet sich Noah Centineo ja ziemlich an. Ich meine, gibt es einen besseren Highschool-Crush? Er macht Sport, sieht gut aus, versteht sich mit jedem und ist einfach mega beliebt. Das beste Beispiel dafür sind wahrscheinlich die Two Other Boys I've Love Before Filme, aber auch Sierra Burgess is a Loser oder Perfect Date. Wer spielt noch immer dieselben Rollen, schreibt es mir in die Kommentare. Und abonniert jetzt für mehr Filmfakten.